ja wenn ich einen guten finden würde ich werde auch den gleichen holen eigentlich ja ich war ja auch schon irgendwie ja ich meine es hat schon mal angeschmissen und so ja ja das richtig geil ganz einstellen ob wir haben das licht irgendwie am polisieren ist oder am flackern ist und somit also ja ja richtig geiler teil dein ding bringt mich um mein gott weiter warum bist du nicht explodiert leute leute ich weiß nicht wo du bist aber ich bin gerade ein bisschen weg ja da hat er hat einen flammenwerfer er getraut ich kann meine ich dazu mein ding sie einzusammeln er war ich direkt überrannt worden irgendwo ich habe schon einmal gespritzen verbracht ja hier sieht aber nicht so neblig aus ja nicht von so vielen seiten auf einmal eine richtung eine richtung okay wenn ich tue immer auf die wand beschießen meistens ja okay ok jetzt würde ich mich sicher ja ich habe die augen auf nämlich doch lange wir müssen wir ja so eine flagge hissen stürmer also weg weg hier sowas auf diese wie dranken viecher da reicht auch wenn ich hier mit dem dinge stehen ich glaube ja okay okay ich kann mit dem ding hier stehen bleiben mein gott die statuen gehen gar nicht kaputt mit den raketen hier sind wir schützt von freiheit weiter charakter gesagt mein gott das ding ist nicht mehr evakuierung war ich von feinen sei waren also okay aber doch recht schillig aber noch verstehe ich dir auf deinen fuß oh gott oh gott aber bei mir aus dem weg damit wird sehen ich hoffe ich nehme dadurch kein schaden ich glaube nämlich nicht das nicht mal ich gefunden habe nein nein dann hat der weg ist immer lebt sind sie mir gerade keine gegner da ist ein lasst die finger von dem weg ich schütze ich mir leib und seele nachher hin ja wirst du irgendwie in flammen setzen die ganze zeit also was war schon immer so eigentlich von anfang an sollte dazu sein der laser was den gegner nach einer zeit in brand sind das wird schon so sein nachdem die rausgekommen sind aber das war die ganze auch leiten sich ein sporending so ein pilz für sporen und manche dann geht mir einfach mein gott über das weg weg direkt ein stück ich sage euch und mein ding in die luft mein signal zu setzen für euch das ding ist kaputt nein was passiert jetzt habe ich darauf hingeworfen jetzt ist mein kontrol ausgefallen haha ich habe einen nachschub da okay da ist irgendwie ein großes netz hier hinter uns aber das ist meine flagge da ja um springe das ist eine tür ok war ich nur gegner dann geht aber gerade rufen über kreuz zweimal über kreuz und meint jetzt hier im blöden links nicht finden wir ja auch nicht insekten natur alle schlimme zeug hat gamer hassen nein 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 essentielle taktik ausrüstung verfügbar da hinter uns auch nein 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 ich habe nicht aber nicht anscheinend ich habe ein ding landen bitte ich wollte einsteigen die habe ich nicht gelassen die säcke dann die flagge müssen wir auch noch wissen ich habe das leben zu meinem ding schaffe mit absoluter sicherheit wahrscheinlich schon die ganzen gegner weg 1 1 1 1 meiner was mich an ich bleibe mal hier bei der flagge er ist hier mit den leichen los auf einmal lass mich los der hier sitzt hier alles ruhig also ich stehe hier unten ich stehe hier unten ich stehe hier nur noch ganz zu beschehen ich stehe hier kein felsen und ich meine damit ich kann einfach mit meinen mg durch den ball schießen und die genau kaputt wer was überlegt und da sind die dann der werk da bricht unsere unserem patriotismus in der flagge naja kommen wieder die karte aber ich ja ich habe dich wirklich schon durch löchert aber ich muss hier raus so viel moni hier drin da können wir ja noch mal hier schon wieder in der sputte eingesetzt ja noch mal jetzt diesen blauen ding gehen heute sagen noch einmal 20 minuten noch können wir uns umschauen über dem baum glaubt nicht ab in die luft sprung okay umso klar duft ja ich freue mich schon aus dem weg das spiel gemacht mit der engine das schon seit zehn jahren da war nur noch mal eine riesige explosion also habe ich gar nicht gesehen ja nur gesehen hat explodiert wenn ich so schnell weg weil er werft mich auf ihn nein er ist noch am leben und ich gleich nicht mehr mein gott leute leute mein gott rückwärtsleitung gemacht dass mich durch nein der pärcher lebt doch blöde ding ich komme gar nicht dazu da kommt der nächste jetzt weg ja dann muss er irgendwo da hinten sein ich sehe da irgendwann drohtes auf der karte ich gehe mal ein pärcher versteckt nein ist aber noch was da sind zwei ich bin ich bin ja draußen gespawnt da sind aber noch nicht am leben ich muss mal ein ich weiß nicht wort hier doch da liegt da hinten weil ich sage ich mir neues gespawnt das tief genug da was er mit zu sagen aber hinter der hinter der nach nach wir haben das erledigt kollegen ich glaube einfach mehr durch die gegend jetzt und hoffen auf dem felsen zu finden wir haben noch eine probe ja ich habe immer wieder eingesammelt hier sind voll für löcher darum kümmere ich mich jetzt ganz bestimmt nicht da schießt er gerade mit seinen mit seiner quasi kanone ich bin gerade wer weiß wo na also alle gebäude zerstören ja super ich weiß nicht wo du gestorben bist ich habe mich mal da ist auch noch ein gebäudemann hier muss ich einen kaputt machen ich habe dich das richtige wir haben sowieso nicht den ziel abgeschlossen aber wir haben sowieso nicht hat den gefunden wir haben so viel glück bei den ersten malen irgendwie richtigen planeten irgendwie mal aussuchen dazu suchen also nicht wie der planet immer schon aussieht bevor wir dahin gehen kommen aber irgendwie so ein schnee planeten oder sorgen aber die insekten sind noch nicht auf schnee planeten oder ich meine insekten sind auch nicht die sind nicht auf stehplaneten oder so ne doch manchen die planeten versteht wir waren ja schon auf dem schieb jeden war nicht wirklich viel schnee planet aussahne na gut gehen da muss ich mal gucken was wir für eine mission machen was besser zu finden eine probe aber jetzt eigentlich nur für ein bonus sie hat wir überleben so ich wollte sagen mir wurde aber gerade geschworen aber ich kann ja nicht raum ja auch so meine nach meiner schutz kann und habe ich auch nicht mehr hinein etwas dickes ja du auch ich glaube erst okay und explodiert er noch da wo kommen sie mein adler ist bereit dahin gehen irgendwie bäume kaputt da kommt irgendwas sein titan da hinten da ist ein ding da ist abgeprallt da muss nachladen da kommt mir nicht hoch nein der ruf bestätigung ich muss die eine probe in sicherheit bringen ich habe zwar noch besser da gab es den ranken tentakel ich habe es aber so nicht davon treffen lassen zu können für alle gliedmaßen da war ja alle missionen abgeschlossen das erfolgreich als beim netz marie sorgfee so damals noch mal ein zweiter sporen denkt er ist gezeichnet eh leaf he erer he eh erer erler hier n leaf l immer noch nicht 500 100 gegner nicht mit 500 kilogramm bombe hier ist mit hier fernria das wissenschaftsministerium sieht aus wie wald ob fernria ist der einzige planet wo hingehen können wo nicht so unübersichtlich ist falls auch die richtigen mission sind sind dafür symbole terminieren schwarm blitze suchen und zerstören zweimal terminieren schwalen ich glaube wir müssen irgendwie so anfangen hier so operation nicht zu beenden wenn wir hier die proben sammeln wollen mit 2 15 minuten müssen das auch ein bisschen doof können wir ja keine von den super proben müssen wir sehen mission auspicken einzeln ja rückblickend betrag dieser augen ein bisschen zeitverschwendung hier diese 15 missionen minuten mission zu machen wenn wir sowieso keine super proben kriegen haben wir jetzt nur wegen der dem jetzt auch vorher gemacht eigentlich ich sehe nichts hier ist auch nicht finden wir ja was nein da wollte ich nicht macht dieser boost eigentlich okay da wächst so wichtig alle sagen das hat wichtig wenn du irgendwie bekennen willst oder wenn du durch die große karte laufen wird das ausdauer wichtig ist es leid ein ziel zu verfehlen nutzt die ego perspektive um ziel in der ferne zu treffen ich danke es ist nur ego perspektive wenn ich gegner lege frau das sah komisch aus von oben die karte gehen wir mal noch zwei proben nur ein schon vor über eine bekommen wir wenn wir hier hat den übersehen aber ja auch nicht so energie generator reaktivieren da hinten sehe ich schon ich habe ein bisschen sie aber den gegner dass man da nicht hingehen das sind schon wieder solche spucke los auf einmal es waren solche wir sehen ja mal so aus wie die weiter bleiben zum pilz oder aber was ich noch nicht was du da gemacht hast also da regnet sich feuer vom himmel und du hättest darauf zuhören das kann ich mir auch gedacht an 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 hallo käferchen nicht abschließen mission abgeschossen aber jetzt kann ich aber treffe hier ob die rakete runter geht oder so im flug so früh gefunden haben jetzt müssen wir wenn es geht den stein schon mal auf dem planeten wie so neu aus ich muss mal genau in das gebiet von lebensgefährlich aussieht oder gar nicht so verdächtig aus deswegen schon nester drinnen okay so lehrt es ruhig zu ruhig da ist irgendwo ein nest ja da sind mehrere löcher ich weiß nicht ob er da reingehen soll noch nicht da sind wir diese spucker gehst du mir aus dem weg du blöd stück nein ich boxe ich boxe ich weiß ich muss ich dich noch boxen bis du stirbst ja klar vom weiten krieg die einfach nicht getroffen dann meine noch da ja gemacht ja 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 da ist auch noch einer oder so ein spucker so ein dicker thema mit den kleinen mini schüssen ich habe ein paar sporker aber wenn mich da weg geschobst man stimmt da immer nicht aber bisher noch geht weiter weg ich gehe nach hause ohne paus ja ich habe mich doch geheilt genau so hat auch noch jetzt kommt ein weiterer mit dem namen dann ja mal klamotten es näher sein unser ziel ist auch irgendwo da sind und dann kommt schon wieder so ein spucker und hier war ganz sicherlich ganz einen rückschuss freis gewehr aber könnte aber mit denen auf die schießen da müssen wir machen startkurs beschafften generator reaktivieren oh gott war das naja schon wieder blöde säure ja schon weg die demokratie wir haben einen schlag schon weg sind ich krieg dann von mein gott jetzt noch mal kaputt ja und müssen wir auf die machen aber da kommt wieder geht dann hier abdrücke der forschungsstation ob ihre position könnte der seine okay was hat aber nein ich habe immer ein api übrig dann nehme ich schaden überzeiht ein dreck ich habe ich war nicht immer mit einer p und dann bin ich von säure getötet eine güte ich kann ja nicht hochreiter ja ich sehe ja glaube ich schon oder ja okay jetzt war noch die mission erledigen okay machen wir uns nun auf die mission dann haben wir ab das andere sind sie nicht wichtig und das nach einem plan ja irgendwie wenig los wie ein paar nehmen irgendwie wenig los auf diesem planeten wenig gegner da man anzug ist auf mir gelandet kleine er bringt doch nichts gegen aber hinter uns hinter uns sind die der simulant noch immer war die mission aber ein paar viele von ihnen sind wir noch was aber ein bisschen übertreiben wir vom stürmer ich habe eine rakete mehr naja meine ist gerade am abkühlen wo ist der stürmer ich sehe den gar nicht äh so wie gelandet also ja ich kann so wissen ich tue muss man ja machen start kurz die rakete ich habe schon wieder wenn ich auf der karte bin andere richtung ich habe keine moni übrig weit jetzt bei den verfehlt da gibt es nicht verfehlen wir ihn als von meiner granaten nein 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 nicht schon wirklich säure da ich muss nachmachen da aber dann ist irgendwann am glitschen das sieht sehr merkwürdig aus aber gerade das ist irgendwann am glitschen im hintergrund irgendwie so eine fahne oder irgendwie so weit ich weiß nicht sieht sehr creepy aus ja gott gott ich habe an leute wir benötigen eingestellt überlebt danke nicht für den wohnstand du bist nur ein scheiß spucker geht auch hier denn da ja weiter zur rakete aber aber da sind genau in reingeleitet weiterlaufen immer weiterlaufen ja ja ich weiß ich meine danach warum sich dann dauernd nach lange wir haben noch 18 minuten wir haben noch dein leben ok es ist ja am leben das stürmer hier nein auf der hauptzeit markieren es war eine vorbeigelaufen ein ton ja ok wo ist die bilder geht mein gott ist sogar nicht abgeprallt ja muss erst mal aktiviert ich meine exklusiven fast darunter geworfen wollte mich abschießen 134 36 die ganze schon vorher aussehen bevor man hat erreicht hat er wusste ich nicht es hat mein geschützt sein wie gegner getrückt ja ein ja 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 da geht doch mal drauf ich brauche schon wieder auch gleich schon munition wieder auch gar nichts seit nach hause im land da hinten es war neuer überleben weiß nicht orange der war noch nie orange naja ins kind kann nicht mehr kaufen genau ja ich bin jetzt gerade aufgefallen bevor wir angefangen haben zu zocken habe ich ein skin für meinen für den pelikan geholt aber irgendwie ich weiß nicht habe ich halt ausgerüstet habe ich glaube ich noch gar nicht aktiviert weil irgendwie ist er nicht orange vorstehen am meteor schauer naja was geht gibt es ja gott das bücher durch gott man spielt gerade voll am lenken okay da ist nicht meine aufnahme ist mein spiel jetzt gerade am hängen ist nein warum mein mecker bei mir ist eingefroren das spiel ist bei mir eingefroren bewegt sich gerade gar nichts es muss versuchen ohne mich hier zu überleben mit den proben das soll ich jetzt ja machen